Da wir nun die ganze Zeit von Gravitationskräften und gegenseitigen Gravitationskräften und Gravitationsbeschleunigungen zu reden und das zugegebenermaßen alles ein bisschen verwirrend ist, wollte ich das hier nochmal genauer erklären. Wir schauen uns immer zwei Objekte an und die behandeln wir erstmal gleich, also uns ist erstmal wurscht, was schwerer und was leichter ist, weil beide ziehen sich ja immer gegenseitig an. Das heißt, wenn ich jetzt hier ein etwas schweres Objekt habe und hier ein etwas leichteres Objekt, kann ich entweder sagen, das schwere Objekt ist das zentrale Gestirn, also das heißt, ich tue so, als würde das stehen und sich das andere auf mich zubewegen, aber ich kann auch sagen, das leichtere Objekt ist das zentrale Gestirn, das heißt, ich stelle mir vor, dass das schwerere von dem leichteren jetzt angezogen wird. Das ist wirklich beides eine gute Sicht, also eine mögliche Sicht der Dinge. So, und jetzt fangen wir mal an, dass wir uns die Gravitationskraft, die gegenseitige, anschauen. Wir wissen, die Gravitationskraft berechnen wir durch Fg ist gleich g mal m1 m2 durch r² und wir sagen, das hier ist mein m1 und das hier ist mein m2. Ja, und jetzt sehen wir eine Sache sofort. Es ist ja völlig wurscht, ob ich schreibe, Fg ist g mal m1 mal m2 durch r² oder wenn ich die Sicht andersrum machen würde und sagen würde, meine kleine Masse ist mein zentral Gestirn, ob ich dann sage, das ist g mal m2 mal m1 durch r². Das ergibt genau dasselbe. Und das ist auch so eine wichtige Sache. Das heißt, m2 zieht an m1 genauso stark wie m1 an m2 zieht. Und jetzt ist natürlich die Frage, naja, wenn ich auf der Erde stehe, heißt es, dass ich, oder wenn ich hüpfe und dann der Erde entgegenfalle, fällt dann die Erde auch mir entgegen, weil ich ziehe ja auch an ihr Gravitativ. Und die Antwort ist ja, sie fällt mir entgegen. Aber jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Sie fällt mir entgegen und wird sogar genauso stark von mir angezogen, wie ich sie anziehe, aber die ist ja viel schwerer als ich. Das heißt, wenn ich mit der so stark ziehe, wie sie an mir zieht, dann schaffe ich es, die kaum zu bewegen. Und das ist genau der Punkt. Das heißt, die Kraft ist zwar gleich, aber die Beschleunigung ist nicht gleich. Und das erkennen wir ganz einfach dadurch, dass ich ja die Beschleunigung allgemein berechnen kann durch a ist f durch m, also Kraft durch Masse. Und als Masse muss ich natürlich immer meine eigene Masse nehmen. Das bedeutet, die Beschleunigung hier zum zweiten Objekt ist einfach f durch m2. Da teile ich durch eine kleine Masse. Also ist das a relativ groß. Hier unten muss ich dann aber durch eine große Masse teilen. Und das bedeutet, das a, das rauskommt, ist ziemlich klein. Das heißt, die f sind gleich groß, aber die a sind nicht gleich groß. Und das passt ja eben auch, weil die Erde fällt nun mal nicht genauso schnell auf mich zu, wie ich auf sie zu. Genau. Okay. Das war unsere erste Situation. Das heißt, hier ist ganz wichtig, wir haben die zwei Körper, die sich gegenseitig anziehen, beobachtet. Jetzt beobachten wir aber einen Körper m1, der zwei unterschiedliche Objekte anzieht. Weil da ist es leider schon wieder ganz anders. So. Wir haben jetzt also einen m3 gefunden. Das m3 hat so eine mittelschwere Masse. Und jetzt stelle ich mir wieder dieselben Fragen. Ich frage mich wieder, werden denn m2 und m3 gleich stark angezogen von unserer Masse m1? So, und jetzt müssen wir uns überlegen, welche Masse wir einsetzen müssen. Das Fg bezieht sich immer auf die Kapitationskraft zwischen den Körpern. Das heißt, ich koppel die quasi immer. Und wenn ich jetzt das Fg, das zwischen m1 und m2 wirkt, berechnen möchte, muss ich auch m1 und m2 hier einsetzen. So, und das passt auch wunderbar, weil hier steht ja schon m1 und m2 drin. Möchte ich jetzt aber diese zweite Kraft hier dazwischen wissen, muss ich natürlich jetzt das Wechselspiel zwischen m1 und m3 beachten. Also setze ich auch m3 ein. Und das ist jetzt eindeutig ein anderes als oben. Also das m3 im Gegensatz zu m2. Das bedeutet, jetzt kommt schon eine andere Kraft raus. Und auch das ist jetzt wieder logisch, weil die sind ja zusammen im System schwerer, also ziehen sie sich insgesamt auch stärker an. Es macht also alles wie immer Sinn. Das führt aber dazu, dass die Kraft zwar stärker ist, aber die Beschleunigung ist jetzt immer gleich. Da haben wir immer im Hinterkopf, dass ja alle Sachen auch gleich schnell auf die Erde fallen, also von der Erde gleich schnell beschleunigt werden. Und das trifft ja auch zu. Also das m3 wird stärker gezogen und dieses stärkere Ziehen gleicht genau aus, dass man ja auch mehr Kraft braucht, um es zu beschleunigen. Weil wenn was schwer ist, brauche ich mehr Kraft, um es zu beschleunigen. Das heißt, beschleunigt wird es jetzt genauso stark auf das m1 zu wie das m2. Und das sehen wir auch gleich an der Formel, weil a ist ja jetzt wieder fg durch, in dem Fall m2. Und hier ist es fg durch m3. So, fg ist aber, jetzt fühle ich sogar einmal aus, einfach m1 m2 durch r². Und das alles durch m2. Das heißt, hier kürzt sich in der Formel einfach das m2 raus. Und hier unten steht da m1 mal m3 durch r². Ich batzel, aber ich spreche es auch dazu. Durch m3 und zack, jetzt kürzt sich das m3 raus. Ja, ein Träumchen. Das bedeutet, es bleibt jedes Mal dasselbe stehen, nämlich einfach nur m1 durch r². Und das heißt, auch die Formel verrät uns, dass es wirklich wurscht ist. Also, dass egal wie schwer man ist, man wird immer gleich schnell hin beschleunigt. Gut. Aber, dass eben die Beschleunigung gleich ist, benötigen wir unterschiedliche Kräfte. Bei der kleinen Masse eine kleine Kraft und bei der großen Masse eine große Kraft. Genau. Das heißt, ihr müsst bei der Beantwortung solcher Fragen immer euch eigentlich dieses Bild mit den drei Massen im Kopf vorstellen. Und dann überlegen, spreche ich jetzt gerade von m1 und m2, die ich vergleichen möchte. Oder spreche ich von einem m1, das zwei unterschiedliche ms, also hier das m2 und das m3 anzieht. Weil, demnach sind die Zusammenhänge immer anders. Dass ihr das selbst auch nochmal veranschaulichen könnt und dass ihr selbst nochmal so ein bisschen mit den Größen rumspielen könnt, habe ich hier noch diese kleine App dabei, die ihr ausprobieren könnt. Wir haben zwei Massen und ihr könnt die Gravitation und die Beschleunigung beider Massen sichtbar machen. Und schauen, wie sich die verändern. Und jetzt machen wir mal nur die Kraft an. Wenn wir es bewegen, sehen wir, dass auch der Radius berücksichtigt wird. Dass also die Kraft größer wird, je näher sie sich kommen. Und schauen wir uns zum Beispiel jetzt mit der Gravitationskraft eben an. Gerade sind die Massen ungefähr gleich groß. Also wäre es ja klar, dass die Pfeile gleich groß sind, die Vektoren. Aber selbst wenn ich die Masse 2 viel kleiner mache, sehen wir, dass dennoch beide sich gegenseitig gleich stark anziehen. Das heißt, der Teil wäre schon mal erledigt. Wir sehen jetzt aber auch, dass die Gravitationsbeschleunigung eben ganz anders ist. Weil die zweite Masse ist eben viel kleiner. Und da die Kraft gleich war, ist also die Beschleunigung auf sie viel größer. Jetzt will ich aber nicht nochmal ins Detail gehen. Wie gesagt, ihr könnt jetzt rumspielen und zum Beispiel die erste Masse dafür auch kleiner machen. Und dann seht ihr, ah, jetzt zieht ihr die andere viel schwächer an. Also die Beschleunigung wird viel geringer. So dass wenn sie dieselbe Masse haben, sie sich auch wieder gleich stark beschleunigen und so weiter. Also einfach ein bisschen ausprobieren. Viel Spaß dabei und tschüss.